Diese Stellung, Verteidiger! So, wir müssen diesen Punkt halten! Positiv! Ein Treffer! Unsere Leute erobern die Position! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen! Der Gegner hat die Position erobert! Der Feind will noch viel mehr haben! Ich hab einen! Ich hab einen! Das ist doch Gesellschaft! Unsere Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein! Ich hab eine andere diejenige in den Kontrollpunkt eroteten! 5. 5. 6. 6. 6. Heilige Scheiße, er hat sich Zeit gedassen! Das war ein Blatt! Das war ein Blatt! Zuerst du, Bastard? Zuerst du, Bastard? Zuerst du, Bastard? Endlich! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Unsere Jungs erobern die Position. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind. Unsere Kräfte sind in Position. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Er wurde vom Feind eingenommen. Er wurde vom Feind eingenommen. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Der Streit ist in der Komponition. Er wurde vom Feind eingenommen. Er wurde vom Feind eingenommen. Der T сеende erotta. Der Feind hat begonnen, den Kontrollbuch zu erobern. Unsere Gruppe hat begonnen, den Kontrollbuch zu erobern. Der Feind wird den Kontrollbuch zu stürmen. Ja, toll! Diese Position halten! Jawohl, Herr Kommandant! Ihn zu töten war gar nicht so schwer! Der Feind nimmt den Kontrollbuch ein! Der Feind hat den Kontrollpunkt reingenommen. ... ... ... Halt, 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 Halt! Du musst zurück in den Kampf. Lasst nicht zu, dass der Feind seine Position festigt. Unsere Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein. Rück aufs Schlachtfeld, Soldat. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Der Feind kann den Kontrollpunkt erobern. Zehaut mich! Los geht's! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Der Feind hat den Kontrollpunkt eingenommen. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Unsere Kräfte sind in Position. Bleib einfach unten! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Unsere Jungs erobern die Position! Der Kontrollpunkt gehört uns! Wir haben den Kontrollpunkt verloren! Wir haben ihn! 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 Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Wir haben ihn! Wir haben ihn mit! Oh Der Feind will den Kontrollen freinehmen. Der Käftler ist in der Position. Umredet, ihr blödchen! Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Anlassformation! Ich rufe die Artillerie! Verstanden! Es steht in Gefahr! Anlassformation! Anlassformation! Der Feind hat die Abbauern. Anlassformation! Hey! Hast du noch nichts genug? Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Kopf los! Ha-ha! Dirk, du verdammter Dirk! Kopfschuss! Ha-ha! Unsere Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein. Ich werde dich fliegen! Ich werde dich fliegen! Kopfschuss! Ha-ha! Ha-ha! Hey! Können wir kassen? Hier ist er! Lade nach! Papa! Ja, Papa! Ich hab meinen! Ah, fast zur Hölle! Davon kannst du noch viel mehr haben! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen! Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein! Unsere Kräfte sind in Position! Hilf, du Bastard! Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern! Wart doch nicht! Die Kugel sind in Position! Dopsen! Das sind die Schmerzen! Aufhören! Die Schmerzen! Die Schmerzen! Gut gemacht! Das war zu einfach! Soldat! Sofort umkehren! Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Lasst nicht zu, dass der Feind seine Position festigt! Unsere Jungs erobern die Position! Unsere Verteidigung hat dem Angriff standgehalten! Sie... ... 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